Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts, heute mit einer speziellen Folge. Ich hatte es gestern angekündigt, aufgrund eines Urlaubs habe ich eine spezielle Podcast-Serie aufgenommen für diese Woche, in welcher wir so ein bisschen die Entwicklung bis zur Mitte des Jahres, je nachdem wann du diesen Podcast hörst, ist es wirklich auch die Mitte des Jahres, da auch so ein bisschen einen Überblick über die Krypto-Industrie entsprechend machen und auch evaluieren, wo stehen wir genau im Zyklus, haben wir die Zyklus-Spitze bereits erreicht, wird die noch kommen, wie hoch wird das Ganze entsprechend sein, diese Diskussion werden wir in dieser Podcast-Serie führen. In der gestrigen Folge haben wir unter anderem über den Bitcoin-ETF gesprochen und auch die Entwicklung allgemein bezüglich des Bitcoin-Preises, wo ich so ein bisschen die Zyklus-Spitze sehe in der Preisentwicklung, wann ich entsprechend den Zyklus-Top sehe und diesbezüglich sollst du dir unbedingt auch den letzten Podcast anhören, weil es natürlich so ein bisschen das Ganze aufbaut. Jetzt haben wir, wie gesagt, über Bitcoin gesprochen und heute möchte ich über Altcoins sprechen. Die Altcoins haben bisher eine interessante Entwicklung mitgemacht, sagen wir mal. Wir haben im Herbst 2023 eine ziemlich starke Entwicklung in Richtung Bitcoin, Solana und AI-Coins erlebt. Die klassischen Altcoins, die unabhängig von Narrativen aber durch die Decke gehen, die sind ausgeblieben. Auch die alten Coins haben nicht so stark performt, wie wir ursprünglich angenommen haben. Und wenn wir so bis in den normalen, klassischen Zyklus anschauen, dann ist der Zyklus immer wie folgt. Wir starten mit Bitcoin, denn das Interesse kommt immer in das Hauptasset und das ist nun mal Bitcoin. Danach fliesst das Kapital, das man mit Bitcoin gemacht hat, idealerweise in Ethereum, denn das ist der Zweite. Ethereum bietet dann auch prozentual mehr Gains, aber eben auch mehr Volatilität. Alle die, die ihr Kapital dann mit Ethereum gemacht haben, investieren dann ihr Kapital in sogenannte Large-Cap-Coins, also grössere Altcoins, das können mehrere Milliarden sein oder mehrere hundert Millionen US-Dollar. Danach fliesst das Kapital in die Mid-Cap-Coins, bisschen kleinerer und danach noch in die Low-Cap-Coins. Ganz interessant ist, dass wir dazwischen tendenziell dann auch immer wieder Meme-Coins sehen und auch andere Narrative, wie zum Beispiel die NFTs, die im letzten Zyklus zwischen 2021 und 2022 ganz klar antizyklisch gewesen sind. Das heisst, bei der Korrektur im Mai 2021 sind dann die NFTs durchgestartet, konnte entsprechend viel Geld damit verdienen und das sehen wir momentan auch wieder. Der Fokus ist eher auf den Coins, weniger auf den NFTs. Das würde zumindest die antizyklische Entwicklung erklären. Wenn wir aber, wie gesagt, den klassischen Altcoin-Zyklus anschauen, wurde der bisher noch nicht wirklich durchgeführt. Wir haben eine Art, einen umgekehrten Zyklus hinter uns. Der normale Zyklus, den habe ich gerade erklärt. Und wie gesagt, wir haben Entwicklungen bei Solana gesehen, wir haben Entwicklungen bei AI-Coins gesehen und einzelne Meme-Coins, aber auch die allgemeine Entwicklung war dann nicht so, wie man es erwartet hätte. Jetzt kann das natürlich sein, weil man das klassische Kapital von Bitcoin direkt in die Altcoins oder direkt in gewisse Narrative, wie die AI-Coins oder Solana gesteckt hat, nicht aber diesen Zwischenschritt von Ethereum genommen hat. Denn auch Ethereum hat rein performance-technisch bis auf die Nachricht von ETF an sich nicht so reagiert, wie viele Investoren es erwartet haben. Das führt dann sogar so weit, dass viele Leute sagen, die Zeit von Ethereum ist vorüber. Es braucht eine Art neue Ethereum, einen Ethereum-Killer. Und ich erinnere euch zurück, 2021 gab es diese Diskussion schon, 2017 und 2018 gab es diese Diskussion schon. Das war so die Geburt von Cardano, das war die Geburt von EOS, das war die Geburt von Solana, Avalanche und all diesen Alternativen, die wir heute immer noch haben, die eigentlich so ein bisschen als Alternative von Ethereum galten. Es war nie die Alternative zu Bitcoin, sondern immer die Alternative zu Ethereum. Und trotzdem hat Ethereum relativ gut performt in den letzten Jahren und ich möchte wie so ein bisschen da die Perspektive auch wieder auf Ethereum setzen. Wir werden in ein paar Tagen noch über den Ethereum ETF sprechen, heute möchte ich aber spezifisch über die Altcoins sprechen. Fangen wir vielleicht mal mit Solana an. Solana hat in den letzten Monaten ziemlich gut performt, wenn wir so ein bisschen das Todesvalley oder das Todestal anschauen, durch das Solana durchgegangen ist. Also der absolute Boden war etwa im Herbst 2022 erreicht, nachdem FTX die Insolvenz angemeldet hat. FTX war natürlich ein sehr grosser, zusammen mit Alameda Research muss man sagen, ein sehr grosser Kapitalgeber im Solana-Ökosystem und hat da einen sehr, sehr grossen Teil auch mitfinanziert. Das wiederum bedeutet, dass diese Finanzierung schlussendlich auch ein gewisses Momentum in diese Industrie gebracht hat und mit dem Wegfall dieser Investoren ist man davon ausgegangen, dass die Geschichte von Solana somit vorüber ist. Solana ist teilweise bis zu 7 US-Dollar gefallen und hat dann natürlich ein bisschen einen Boden aufgebaut und war dann ein sehr, sehr spannendes Investment für die Leute, die natürlich die Technologie dahinter verstanden haben. Zusammen mit Solana sind vereinzelte AI-Coins durchgestartet. Wir haben natürlich 2023 vor allem einen allgemeinen AI-Hype erlebt. Die Geburt von ChatGBT, die Vorstellung von MidJourney und all diesen AI-Tools hat AI zugänglich gemacht, hat so ein bisschen die Zukunft uns gezeigt, was AI kann. Und jetzt ist das Ganze natürlich auch in die Krypto-Industrie geflossen. Das gekoppelt mit der schnellen Geschwindigkeit und der Rechenleistung von Solana hat dann viele AI-Coins wie zum Beispiel Render oder auch Fetch AI zum Beispiel ziemlich nach oben gebracht, was ganz klar zeigt, der Markt sucht nach AI-Lösungen, vor allem auch nach AI-Rechenlösungen, denn genau das ist eines der Hauptprobleme von AI. Nämlich die Rechenleistung, die fehlt, um diese Modelle zu trainieren, um so ein bisschen die nächste Stufe in diesen Modellen zu erreichen. Und das war ganz klar die Nachfrage im Markt, die die AI-Coins schlussendlich abgedeckt haben. Die haben dann im Herbst 2023, aber auch am Anfang 2024 sehr, sehr stark performt, also wirklich so ein bisschen aus dem Nichts herausgekommen. Auch Render zum Beispiel hier ein Projekt, das lange in diesem sogenannten Todestal der Altcoins gesessen hat und ist dann mittlerweile wirklich in den zweistelligen Bereich gestiegen. Das dann gekoppelt mit gewissen Partnerschaften bis hin sogar zu einer Präsentation in einer Apple-Keynote, bei welcher Render verwendet wurde, hat das Ganze sehr stark beflügelt. Mittlerweile ist das AI-Narrativ nicht mehr so stark wie auch schon. Das gibt natürlich vielen Leuten jetzt die Möglichkeit, diese AI-Coins zu akquirieren. Leider nicht mehr zu den ganz günstigen Preisen wie vor ein paar Monaten, aber nach wie vor günstigere Preise als die, die wir auch schon erlebt haben. Ein ganz interessantes Phänomen jetzt in den letzten Monaten waren ganz klar auch die Meme-Coins. Denn vor allem einzelne Meme-Coins haben zuerst im Herbst 2023 sehr stark performt. So zum Beispiel auch Toshi. Toshi ist ein bisschen als offizielles, inoffizielles Maskottchen von Base. Da war natürlich die These, dass Toshi wirklich zu dem offiziellen Meme-Coin von dem Base-Netzwerk wird. Base wurde im Sommer 2023 von Coinbase vorgestellt als quasi eigene Open-Source-L2-Lösung basierend auf Ethereum und dem Optimism-Stack und Toshi hat dann sehr, sehr gut performt. Ich konnte zum Glück den Blue Alpine Mitgliedern das Ganze vorstellen und vereinzelt haben die Investoren da bis zu 20x erreicht mit ihrem Kapital. Das heisst, mit den Meme-Coins zusammen ist dann die richtig verrückte Zeit durch die Decke gegangen. Also Meme-Coins in Richtung Politik, Meme-Coins in Richtung Sport, in Richtung Gesellschaft. Da werden wir in der nächsten Folge den Fokus darauf werfen, was ist mit den Meme-Coins genau passiert, was decken die Meme-Coins für eine Nachfrage genau ab. Das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Das heisst, nach den Meme-Coins kam wieder der Fokus auf Bitcoin. Aber in der nächsten Folge werden wir uns die Meme-Coins noch ein bisschen genauer anschauen. Das heisst, unbedingt auch die nächste Folge anhören. Wie gesagt, das ist eine spezielle Podcast-Serie während des Urlaubs und deshalb unbedingt da reinhören. Ich wünsche einen schönen Tag, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann.